Was ist so? Wird gestartet? Nein! Du musst die verlängern! Du musst die verlängern! Wie denn? Jetzt kommts! Drücke bitte auf die Verlängerung! Hallo nochmal raus! Ach man! Loveleakidea Online! Wir laufen dich ganz doll! Spiel doch bitte was anderes! Ich hasse dieser Lobby! Das ist so zu kalt! Ich bin gerade im Ladebohr 13! Landrennen hast du geschickt! Wow geil! Ich spiele Renngeber mich selbst! Ist ein Snickers genau! Das wird riesiges Rennen! Wir müssen nicht schlafen! Ich schlafe ja nicht! Soll 5 Stunden! Das ist noch weitergegeben! Fragezeichen! Deleted Link! Aber Gabax, ich würde die Strecke nicht nochmal nehmen! Die ist nämlich... Nee, ist die nicht gut? Nicht hergestellt! Das fährst du bloß im Kreis! Er fährst bloß im Kreis! Alter verschreckt mich! Gabax, lad mich mal bitte nochmal ein! Ist das nicht genug? Ach ja, ich muss die Leute erstmal allein lernen! Ja warte, ich bin aus GTA Online rausgeflucht! Alter, ernsthaft jetzt? Alter, was ist denn hier los? Jetzt geht bitte alle erstmal in GTA Online, bevor ich hier irgendwas starte! Wie hart der Typ ist, der geht ohne ein Zucken durch den Kaktus! Was? Was? Ich will nur mal anmerken, ich bin nicht schuld! Doch! Gabax, was ist denn los mit dir heute? Du kannst nach! Du hast dich voll verändert! Du warst vor 10 Minuten noch anders! Was? Das war zu weit! Das war zu weit! Und was kommt von Xhona natürlich in die Menge Herzen! Jetzt wird überzogen! Ja, weil du es nicht hinkriegst, Gabax! Was? Du bist schuld! Wenn ihr es nicht schafft, die Einladung einzunehmen... Schreibt doch mal alle Check, Gabax ist schuld! Oder... Wieso? Hashtag was stimmt denn? Hashtag Gabax ist schuld! Wir haben Akte in der Uhr! Deine 12 Stunden sind um, mein Freund! Es ist vorbei jetzt, Junge! Ein geiler Stream! Es ist vorbei! Ich muss an der Stelle sagen... Also ich habe noch niemals in meinem Leben 12 Stunden ein Stream geguckt! Aber das war das erste Mal! Wie war's? Geil! Hast du gut gemacht! Wie war's? Guck mal, Gabax schuld! Gabax schuld! Siehste, kommt hier raus! Gabax, wie sieht's aus? Jetzt eine Einladung! Das wär's! Oh, ich bin wieder in Single-Stream! Luna und... Das ist doch nicht! Luna bist du drin? Ja, ja, es ist nett! Boah, was ist denn? Also wir können uns auch alle gegenseitig Witze erzählen! Ich glaub, das ist ja aufregender! Okay, erzähl mal! Verdammt! Nein! Warte, ich hab ein Problem mit dem Internet! Das sind wir ja von dir gewohnt! Hört ihr mich! Oh! 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 Rivalno, der Witz aus deinem Mund ist nicht gerade so angenehlt! Oh, oh! Ich erzähl euch jetzt einen ganz guten Witz! Der Gabax ist ein guter Host! Oh! Komm, wir fahren rum rauf! Oh, die Waffe! Oh, wir wollen auf seinem Mofa durch die Flings! Oh! Arley, bist du jetzt drin? Moment, ich bin doch gerade am Laden. Schreib mal rein! Das ist ja krass! Wollen wir noch jemanden abholen? Jetzt kann noch jemand auf dem Lenker sitzen. Ja, ich möchte mitsitzen. So Leute, ich lad euch jetzt alle ein. Wer hat denn los? Auf unserer Vespa mit dem Fall. Ich bin noch nicht drin. Ich bin noch nicht drin. Das ist keine Vespa. Ich sag die ganze Zeit, ich bin noch nicht drin. Bei mir stehst du da. So, jetzt bin ich online. Der Darlay ist gestorben. Hau doch raus, Leute. Ja, Moment, weil der Onkel noch... Jetzt bin ich, ich bin da. Hallo, jetzt könnt ihr einladen. Ich stehe noch durch. Ja, liebe Freunde, es ist ein richtiges Chaos. Ich bin im Ladebildschirm. Es lädt. Ja, und ich stehe noch unter durch. Was man jetzt nur noch sagen kann? AFM. Geil. Das hier. Gamer ist der Spammer. Nee, 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 nee. Gabax. Epoch spammt Herzen ohne Ende. Gabax braucht keinen Wannheitsarten. Er versucht einfach eine Lobby zu öffnen. Genau. Oh Gott. Na ja. Traurig, aber wahr. So. Gabax, lad mich. Kannst du da sich irgendwie... Ja, ich bin immer noch im Ladebildschirm. Was soll ich denn machen? Ich kann das nicht beschleunigen. Gabax, der Horst. Horst. Ja, Horst. Horst, Schlemmer. Ey, du hast dich schon mal getötet, Mann. Wer ist denn jetzt noch nicht im Online-Mode? Also, ich bin online. Ich bin gerade gegen die Lateine getreten. Ich auch. Der Gabax anscheinend nicht. Der Horst halt nicht. Der Gabax anscheinend nicht. Mach mal Applaus, Applaus an XC. Ich glaube, Gabax hat was falsch verstanden. Der ist bestimmt bei Aga.io. Genau. Wir lehnen uns alle ein jetzt gerade. Ja, was denkst du denn? Wir streamen bis auf Wolke 7. Der Gabax möchte uns alle auffressen. Was macht ihr jetzt noch, ist die Frage? Anzahl der Runden. Wie ist das? Was wir machen? Schnellstart. Ach, wir haben gedacht, wir werden noch ein bisschen online, offline gehen. Rivano hat das Spiel gelaufen. Ach, Rivano. Ihr habt jetzt alle eine Einladung erhalten. Bitte einen, bitte annehmen. Feucht bis trocken. Ist doch ein schöner Abschluss. Feucht bis trocken. Boah, zwei Runden. Chris. Ja. Ich bedanke mich für den geilen Livestream. Ich freue mich auf den nächsten. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Bw. Das war von Mr. Skeletonton. Das ist aber nett. Guck mal, Tim. Ja. Sind wir jetzt alle drinnen? Ne, ich bin um Ladebildschirm. Ja, weil ich bin auch gerade wieder rausgeflogen, weil Gidea gesagt hat, das macht so Spaß. Ja, sorry, aber für eure technische Unfähigkeit kann ich auch nichts. Doch, du bist schuld. Du hast gesagt, geh raus. Weißt du? Und dann hat mein Computer gesagt, der Gabax hat gesagt, geh raus. Bist du ein bisschen zu spät rausgegangen? Das hättest du vorher mal drin. Hm. Genau. So Oli, was ist los bei dir? Tritt bei. Ja, ich habe keine Einladung erhalten, aber ich komme noch mal rein. Da steht, da steht Tritt bei. Gabax, lad mich mal ein schnell. Jetzt bist du drin. Gabax, lad mich mal ein schnell. Hab ich schon. Ich komme, ich habe es geschafft. Wunderbar. Ich habe die letzte Sekunde geschafft. Warte mal, es funktioniert sogar. Kann mich ein bisschen durcheinander. Aua. Aua. So, Revan und Tritt bei. Tritt mal schneller. Ich habe es geschafft. Hallo zusammen. Ich habe es echt geschafft. Okay, Sitzung wird gestartet. Sehr schön. Was machen wir jetzt? Töten oder was ist das hier? Nein, Renn fahren. Ach du meine Feier. Oh gut. Du hast 6,5 Kilometer. Alter. Was? Was? Best Livestream ever hast du bekommen. Danke. Danke. Geiler. Also die Namen kann ich nicht nachlesen. Hallo? Also was sind das für Autos? 6 Skelia 1515. Ich kann nichts machen. Alles gut, ja. Na klar, du musst hier den Fassack nehmen. Pink. Ach du hast Getunte mit eingeschalten. Das ist nicht gut. Ja. Ja, alle ohne Getunte. Ja, eben mach mal die Getunten. Also keine Getunte nehmen. Das ist sonst dort. Ja, ehrlich. Da fahrt er gleich weg. Da fahrt er gleich weg. Nein. Nein. Was nehme ich denn? Fuck. Scheiße. Scheiße. Welches bin ich? Oh nein. Bereit zum Zocken. An alle, die da waren. So, alle mal annehmen bitte. Luna ist nicht bereit. Ah, Moment. Ich habe geträumt. Ich habe geträumt. Wovon hast du denn geträumt? Leben nicht auf. Na 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 na. Rennen. Feucht bis trocken. Ja. Oh, Ninja. Komm. Komm vom Ninja. Oh, die Hello Kitty auch durch. Der Stream ist mega geil gewesen und ihr seid die Besten. Hoffe, gibt bald noch so einen geilen Stream. Ich, und, hoffe. Ula, geh doch mal weg. Hast du es morgen? Geh doch mal weg. Leute. Leute, was soll das? Ey. Super lieb. Oh nein. Ach, das kann man, Leute. Fahr mal durch den Wald hier. Ach, hier fahren sogar NPCs mit. Lol. Karte rutscht voll. Karte rutscht voll. Karte rutscht voll. Ich kann so gut Auto fahren. Oh. Oh. Hast du denn deinen Führerschein gemacht? Im Lotto gewonnen. 6. Karte rutscht voll. Das ist ja scheiße. Ist klar, ihr nehmt hier voll die Panzer. Na, ich wusste mich erst mal dran. Gewöhnliche Freunde. Geh mal weg jetzt. Ich habe nämlich keine Ahnung. Hey, Luna. Hallo. Grüß dich. Jo, hi. Alter, ich glaub dein Reifen hat ein bisschen was. Ich überschlag mich einfach mal. Ja, ja, das kann sein. Das kann sein. Die Karre ist aber auch scheiße. Warum nehme ich hier auch so ein scheiß Cabrio? Cabrio? Na, wir fahren in die falsche Richtung. Wer von euch hat den? Dankeschön. Ey, wer schießt denn hier auf mich? Du hättest dir ein Auto nehmen sollen, nicht eine Cabri-Sonne. Aber die schmeckt besser. Alter, Olli. Wie Chris-Plays gütenes Haar sind. Cabri-Sonne. Hallo. Jetzt schubst mich doch nicht. Ja, ich kann da nix dafür. Ich wollte nicht mal anfassen. Mann. Hallo, Hilfe. Überall, ey, immer diese komischen Verkehrsopfer hier. Was ist denn da los? Ah. Was war das denn? Was? Wir hatten hierzu, wir hatten hierzu gequietscht. Da ist ein Reifen kaputt, glaub ich. Hat sich schmerzhaft da angehört, ja. Ah. Bremse. Hau ich nicht. Wow, 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 wow. Geh bloß weg. Wir sind auf Platz 1. Das frag ich mich auch. Meine wenigkeit. Ach, Dalle ist vor mir. Meine Karre ist aber auch scheiße. Dalle, ich mach dich fertig, komm. Meine Karre ist voll zerbeult, Alter. Du kriegst noch mal ein schönes Dachchen von XS-Gamer, ähm, LP. Ich fahre. Wenn du F gedrückt hältst, dann kannst du neu spawnen. Wenn du irgendwie feststeckst oder so. Und wenn du F immer ganz schnell während der Fahrt drückst, äh, fährst du schneller. Genau. Das hilft ja, ungeheimlich. Chris. Was denn? Du musst noch den Bari... Nein, der hab ich doch ne Name. Den hab ich doch ne... Barrio Rio Fight. Du musst du... Der seine Spende wohl nicht hier fehlt. Ja, und ein Traum ist meine Geschichte. Warum wurde das nicht angezeigt? Ja, vielleicht hast du das aber übersehen. Passiert ja mal. Nee, der hat beim Entfahren ist halt los, ne? Der wird genau, kann mal passieren. Oh, 10 Euro. Ah! Aber du bist natürlich... Du bist natürlich dabei. Keine Frage. Dankeschön für deine Spende. DGZ, du bist vor mir, Alex. Du bist ja schon 10 Minuten drüber, mein Freund. Du bist ja schon 10 Minuten drüber, mein Freund. Du bist ja schon 10 Minuten drüber, mein Freund. No, Twitch dachte sich auch, komm hier, der macht zwölf Stunden drüber. Den bannen wir mal. Herzlichen Glückwunsch. Ihr Account ist gebannt. Ja, genau. Zu lang, zu lang. Das war keine zwölf Stunden, das waren zwölf Stunden, zehn Minuten. Laternen-Kluter. Alter, dein Arsch holt es mir doch. Nein, 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 nein. Warum bist du so leise jetzt? Wir hatten das jetzt gerade gesagt mit dem Arsch. Ich glaube, das war Darlay, ne? Du bist auf jeden Fall so leise. Ja. Darlay, was machst du denn da? Geh weg! Der ist erst mit dem Controller vom Computer weggegangen. Der hat wahrscheinlich vor Schreck hat das Mikrofon verschluckt. Genau. Nee, du bist ganz leise. Ach, Darlay. Was geht denn da? Ich hasse die Karre, ey. Das ist so schlimm. Boah. Das ist ein edles Kommentar, mein Lieber. Zweite Runde jetzt, okay. Okay, du warst gut vorne. Oh, danke, du hast mich wieder gerichtet. Ich hab heute Glück. Nein, Darlay. Ich hab heute richtig Glück. Viel Glück. Das hast du voll gut gemacht, ja. Du hast mich gerichtet. Erst erster. Chris, super geiles Kommentar. Okay. Ich bin dritter. Ich bedanke mich, dass ich zwölf Stunden deinen Livestream schauen durfte. Durfte? Okay. Ja, Hammer. Ey. Dann sag mal, ich geh mal auf einmal runter. Hammer streamen, nochmal zwölf Stunden streamen mit deinem Newsletter. Oh, Nuna. Nuna, bist du immer noch in der ersten Runde? Super Kommentar. Ja, ich fahre noch mal was gegen. Wie geht das? Also, äh. Bist du ja mal im Gegenverkehr gefahren oder? Fünf Stunden ist ja echt cool. Ja. Und dann rückwärts oder wie? Mit Bremse, oder? Und Handbremse. Handbremse angezogen. Handbremse angezogen. Fünfter Gang Handbremse angezogen. Nein, die ist... Die ist gelaufen. 60 FPS sag ich schon. 60 FPS. 60 FPS. Und im Trabi. Oh Gott. Mit einer Hornbrille. Ey, mein Auto fährt nicht mehr. Scheiße. Und Einkaufstüten auf dem Rücksitz. Und die Gastaste drücken. Ich wollte gerade sagen 25. Genau, Gastaste. Nicht S. W, nicht S. Alter Onkel, da hast du einen guten Vorsprung rausgefahren. Nein, die hat das so loslassen. Ja, ich hab, wie gesagt, Klick gehabt. Chris Play, der hat nochmal den letzten Rucker dann vorne gemacht. Oh Gott, wo fahr ich denn jetzt hin? Boah, ich fährt am liebsten übers Wasser. Ja, aber ich hab selbst den Sport begangen. Ich hab selbst den Sport begangen. Also 6. Ich hätte aber gerne nicht so einen Vorsprung. Weil es ist irgendwo langweilig. Ich will aber trotzdem auch gewinnen. Irgendwann hab ich auch Stolz. Ja, ich komm langweilig. Ja, ich komm langweilig. Aber die Karre, ey. Du kannst du nicht mal um die Korbe fahren und lass das rutscht. Hast du einen scheiß Karre genommen, ne? Übelst. Welcher hast du denn genommen? Das Cabrio, wiss ich doch nicht. Ja, das ist kein Wunder. Hätte ich nicht genommen. Mach dein Dach mal besser, bitte zu. Mach das Dach zu, es zieht. Das ist der Wind wieder statt. Ja, vor allem irgendjemand hat ja hier erstmal schön den Gepanzerten genommen. Voll vieler an den Gepanzerten. Hätte jeder nehmen können, den Gepanzerten. Hätte jeder nehmen können, den Gepanzerten. Ach, hat auf. Oh, glatt gewonnen, ey. Gezelt. So, wie guck ich denn jetzt mal zu? Ach ne, das heißt ja DGZ. Mir nicht. Mir nicht. Ich hab weiter. Ich bin schon enttäuscht. Luna, du stehst da rum? Ja. Ich weiß. Okay, gut. Wo steht die Luna? Ja, ja, die stand gerade. Ich hab gerade Selbstmord begangen. Darum. Wo steht die Luna? Darum. Hast du Airbag ausgelöst und bist da gestorben, oder was? Ne, ich bin über die Klippe gefahren. Oh, hast du gedacht, du wolltest Abkürzung, ne? Ja, ja, ich wollte auch mal ein bisschen schneller sein. Mit Trabi geht ja Ost, genau. Ja, das hab nicht ich gesagt, das hat Lukas200265 zum Chat gesagt. Ab durch die Mauer. 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 Ich seh's. Ich seh's. Ja. Ey, Chris. Kann man nicht wieder töten? Wann wirst du nächstes Mal online sein? Wann wirst du nicht so mal streamen? Bin ich erst mal sieben Tage weg vom Schuss ohne Internet? Also musst du erst mal auspennen. Ohne Internet, wie geht das denn? Mit E. Mit E. Abgeschnitten von der Menschheit. Luna, die Gas hier. Was denn? Luna, ich schau dir zu. Mit viel Schlaf. Mit viel Schlaf. Mit viel Schlaf. Den Ruhm des Siegers nicht für sich zu beanspruchen. Du lieber Chris. Genau, ich habe extra meine Gäste gewinnen lassen. Genau. Ja. Und zwar mit Abstand. Chris ist Vorletzter. Haha. Oh, das war ein 9F Cabrio. Was hab ich gehabt? Ich hab den gleichen gehabt wie du, ja. Naja, kein Wunder. Die Community fragt, wann der nächste Stream ist. Weiß ich noch nicht. Das erfahrt ihr ja immer auf meinem YouTube-Kanal und hier per E-Mail. Wenn ich nämlich Stream online gehe, dann kriegt ihr eine E-Mail, wenn ihr hier followt. Und ihr seht es auch auf der Website, glaube ich. Also ist jetzt Schluss, ne? Glaub ich. Ne, noch eine. Na gut, noch eine. Tour de Santos. Ne, hier. Mit Lamborghini und so. Schaltest du einige Fahrzeuge aus? Ja. Kann ich machen, ja. Das wäre. Nice. Dann ist das mit der Auswahl ein bisschen leichter. Äh. Du, 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 du. Weißt du? Wir nehmen alle das selber. So, wo kann ich denn das denn machen? Ähm, Spieler einladen? Ne. Äh, was ist denn das jetzt hier? So, warte mal. Eigene Fahrzeuge aus. Ich kann das nicht auswählen. Der Klick ist, ne, Klick ist der Host. Wir sind auch andere da. Ja, wir sind wieder woanders. Ja, ich kann nix umstellen. Ist egal. Fahr mal mit den anderen. Ach, ich bin nicht der Host. Warum bin ich nicht mehr der Host? Ja, wir sind andere Lobby reingedornen. Der Klick, Klick 85. Du bist gerade am Mainstream. Haha. Genau. Warum das denn? Weil er hat eigene Fahrzeuge an. Ah, das ist schlecht. Oh Gott, da kommen dann. Aber wie kann das denn sein, dass wir einfach so in eine andere Lobby springen? Sind jetzt trotzdem alle dabei? Weil das geht ja online. Gabax, was stimmt mit dir wieder? Nein, was hast du wieder gemacht? Das ist GTA Online. Hashtag Gabax. Hashtag Gabax ist schuldig. Es heißt ja GTA Online und nicht GTA Koop. Ja, alle sind drin. DDR Online ist schuldig. Da Gabax arbeitet gegen uns. Merkt ihr das? Das passt gut, Mobile Player. Also, also. Jetzt auch mit Grenzposten. Haha. Reicht jetzt. Die Rennpappe.